Ach ja, ach ja. So. Auf ein neues. Ups. Ich hätte jetzt hier so einen Kaukohl hinterlassen. Nicht so super. So, die Frage ist nur, ich kann mich da jetzt hin teleporten. Das wäre natürlich, finde ich schade. Dass ich da jetzt theoretisch zurück muss, um mich nochmal mit dem zu treffen. Habe ich die Quest jetzt abgebrochen? Hier bin ich. Wie versprochen. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Es braucht die Geduld der Hufflepuffs, diese Seiten aufzuspüren. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Ja, ja, hatten wir schon. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Jetzt mach hin. Habe ich erst nochmal so eine Wikingerrolle? Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Hm. Ja. Oh, klar. Ich weiß nicht, das hat was. Auf der anderen Seite aber auch irgendwie ein bisschen schade. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jector überraschend verlässlich. Dieb, interessant. Also die Wikingerrollen sind echt lecker. Kuchen mit Marzipan in der Mitte. Ja, in der Mitte Kuchen mit so einer Creme Verlumme. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Umgeben von Marzipan. Da, genau wie Jector es beschrieben hat. Kann ich hier noch irgendwas aufmachen? Injektors. Injektors. Grab. Komm, ihr Kuchen! Komm, ihr Kuchen! Hm? So. Das stimmt. Gut. Auf der einen Seite ist es okay. Ich hoffe, was auch schön wäre, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt alles neu machen könnte, auch das Looten. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Wenn man jetzt alles von vorne anfängt, das würde jetzt in meinem Sinne helfen. Ich habe jetzt einfach alle drei angegriffen, aber in einer anderen Reihenfolge und es hat das gleiche Ergebnis gebracht. Also einfach nur aktivieren. Wer ist der? Es wäre cool, wenn ich jetzt die Droh noch mal looten könnte. Also jetzt für mich wäre, ist das natürlich, äh, okay. Glücklicher Zufall. Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Andererseits wäre es natürlich ein bisschen, ähm, ob einer meiner Zaubersprüche mir hier behelden könnte. Ja, wir müssen warten, bis alles gebrannt ist. auch hier. pyram還是. So, stehen dir nicht gesammelte Belohnungen im Herausforderungsmenü zur Verfügung? Was? Dir stehen nicht gesammelte Belohnungen im Herausforderungsmenü zur Verfügung? Herausforderung, ach so. Uh-huh. Okay. Na gut. Die fasse ich nicht an. Wie geht's? Die fasse ich nicht an. Das war's. Kann man mal machen. Spinnenfangta. Na lecker. Warum hat sich das auf? Ach so, weil meine Energieleiste voll ist. Okay. Kobold blaues, lässiges, elegantes Gewand. So, was haben wir denn hier? Uh-huh. Uh-huh. Not bad. Ich sollte mir mal ein bisschen ein paar Manieren angewöhnen. Finde die fehlenden Seiten. Finde die fehlenden Seiten. Da kann ich dich gleich begleiten. Und... Muss auch sowieso hier runter. Was ist das? Ob ich die Plattform irgendwie verschieben kann? Ja, natürlich kannst du das. Aber ich will erstmal gucken, was da hinten los ist. Ist das wieder so ein Labyrinth? Und die müsste ich doch auch ne Menge haben. Und die müsste ich doch auch ne Menge haben. Das nächste Symbol könnte versteckt sein. Das nächste Symbol könnte versteckt sein. Das nächste Symbol... Hinter dem Felsen. Da ist das Symbol. Hinter welchem Felsen? Du weißt, dass die Kamera beschissen ist, ne? Das hier... Ne, das ist zu weit weg. Hä? Hinter dem Felsen. Das ist zwar schön, dass du das so schnell gesagt hast. Aber ich sag dir gleich... Bringt mir nix. Ich kann hier halt auch nirgends reingucken. Hinter dem Felsen. Das ist aber kein Felsen. Hier ist... Unterm Stein. Viel Spaß. Im Kiesbruch. Kann ich das von hier irgendwo sehen? Oder ich muss hier lang. Dass ich die Plattform vielleicht irgendwie verschieben kann. Was hab ich hier gefunden? Nix. Oder was? Oder was? Das war zu schnell. Hinter dem Felsen. Hat er gesagt. Ach, hier! Eine unberührte Truhe! Ja, vielleicht war der auch ein Idiot. Keine Ahnung. Was haben wir dann hier? 41, 42, keine Verbesserungen. Das kann ich aber theoretisch reparieren. Ja, komm, ist egal. Hey. Was war das? Tchuh, tchuh, tchuh. Okay. Bedeutet, hier ging es also nur zu einem Schätzchen. Gefällt mir an sich ganz gut. Aber das bringt mich hier jetzt auch nicht weiter. Äh, ähm. Ja. Gut, da halten wir jetzt mal schön die Fresse. Bemerkungswert. Die Frage ist jetzt, muss ich die Brücke nochmal reparieren? Oder nicht? Ja, so. Wie ihr die sammelt. Ja, gut. Wir haben einen Zauberstab, also. Geht's hier lang? Nee, ne? Money, 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 money. Gibt's da wieder Spinnen. Das siehst du doch schon. Nee, nicht irgendwie. Ja, ganz genau. Ekelhaft. Ekelhaft. Soll ich hier lang? Will ich hier lang? Ich will erstmal gucken, ob es noch irgendwo was zum Kämpfen gibt. Bevor ich jetzt da lang gehe, wo ich vermutlich lang muss. Ah, schwierig einzuschätzen. Aber sieht für mich schon aus, als würde es da in diese Richtung gehen. Aber hier geht's auch... Warte mal. Moment, Moment, Moment. Hä? Bläh, 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 bläh. Oha. Bist du dir sicher? Dass dir da nicht runtergefallen ist. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Burn, burn, burn. Burn. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jackdor an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Expelliarmus. Akio. Expelliarmus. Ich glaube, wenn ich das jetzt nicht mache, dann habe ich ein großes Problem. Expelliarmus. Eine ganz leichte... Befürchtung, dass wir hier lang müssen. Ja, ich kann nur nochmal zurückgekommen drauf geschissen. Ja, das hast du schon mal gesagt. Wenn wir das reparieren. Nee, ne. Ich probiere es mal. Ich glaube es zwar nicht. Ja. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Hier habe ich alles. Ich vergesse, dass dieser Zauber-Effekt existiert, aber ich bin eigentlich ganz happy. Weil ich ja das ganz gerne auch ohne diesen Entdeckungszauber nutzen möchte. Also, ich benutze ihn schon, ne. Das ist ja nicht das Problem. Ähm, gefällt mir aber, dass der so... ...in meinen Augen... ...optional ist. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich würde gerne wissen, wie ich mit den normalen Schaden mehr Damage machen kann. Die stehen nicht gesammelte... Ja, ist mir schon klar. Lass mich raten, mein Inventarplatz ist doch sowieso bald voll. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Okay, vom Style her gefällt der Mantel... Ah, ich hätte auch gerne so einen Mantel, weil ich den einfach cool finde. Aber die sind so teuer. Um ehrlich zu sein. 32... 32... Immer noch keine Brille. Bei Marilyn Sparte. Da praten wir doch einer einen Storch. Woher das wohl kommt? Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Bin ich auf der richtigen Seite? Was ist das? Ich bin froh, dass ich hier lang sollte. Ich bin froh, dass ich hier lang sollte. Oh, Tränke. Tränke, Tränke, Tränke. Tränke, Tränke. Tränke, Tränke. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Ja, ist doch schön. Da ist noch was. Ich bin nochmal zurück. Ja, ich weiß. Du musst doch nicht jeden Scheiß kopieren. Hä? Okay, die Brille gefällt... Ist zwar jetzt keine Lilane, aber... Immerhin. Besser als nix. Ja, die kommen immer wieder. Diese Spinn würde ich nicht aus dem Auge lassen. War das jetzt nur eine Loot-Tour-Runde? Ja, ne? Okay. Ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn man da sozusagen so zurückkommt. Da ist sie, die Brücke. Sie ist fast fertig. Noch mehr Spinn. Die können wir Trajector nicht enthauptet haben. Ach hier. Ach hier. Incentive. Expelliarmel. Wunderbar. Oh, fuck. Fuck. Mach's gut, Monster. Seit Jackdaw hier war, haben sich diese Spinnen sicher rasant vermehrt. So, die Frage ist jetzt, will ich hoch zur Brücke? Ja gut, da muss ich ja sowieso hin. Okay, verstehe. Gut, das regt's aber trotzdem cool. So, ich weiß nicht wie lange, warte mal, von wo kam ich denn jetzt genau? Von hier kam ich. Na gut, kann ja sowieso nirgends anders lang. Ich mag das Kampfsystem, ich mag es sehr, wirklich. Ich find das super. Ich muss näher an Jackdaws Überreste herankommen und an die Seiten. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Danke, dass du all die Jahre diese Seiten gehütet hast. So sieht man sich. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jackdaw. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Achio. 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 Ich würde doch eigentlich... Noh, komm schon. Okay, mit der alten Magie ist echt übertrieben. Oh, komm schon. Oh, 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 oh. Ich würde sagen, hier hatte der Jaggi ein paar Probleme, ne? Ja. Sekunde. So, die... 35... Das ist schlechter. Ich habe eine neue Brille. Die ist auch nicht... Die ist auch schlechter, obwohl sie hervorragend ist, besonders. Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt besser ist. Ich habe hier einen neuen Hut. Ich glaube, Gold ist halt richtig übel. Nicht identifizierter Gegenstand rücken. Interessant. Money. Money, money. Ich finde, man fühl... Man findet zu viel dafür, dass man so wenig... Bei Gringotts und in der verbotenen Abteilung. Wo bin ich? Alte Magie. Ähm... Oh nein. Der Raum wird ja... Geflutet. Wie werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich hier rausgefunden habe. Ja, hoffe ich auch. Kann sein. Hä? Damit wollte wahrscheinlich wohl jemand sicher gehen, dass nicht jeder hier reinkommt. Wo bin ich hier? Okay, das sieht schon echt cool aus. Mit der Drachenbrille sehe ich dämlicher aus. Kann das sein? Kann das sein? Sprechen mit Bildern. Mach ich privat auch immer. Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offengesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie sie und Isadora Morganock, als sie in Hogwarts anfing. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst... Eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Hm. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Ich bin etwas verwirrt, Sir. Warum heißt dieser Raum Kartenkammer? Ich versichere Ihnen, dass sich Ihre Frage klärt, sobald das Buch auf dem Podest liegt. Verstehe. Die Statuen und Schnitzereien in dem Haus an den Klippen, die sind von Ihnen. Sind Sie ein Seher? Für wahr. Wussten Sie, dass ich hier sein würde? Mehr kann ich im Moment nicht sagen, außer, dass mich Ihre Anwesenheit hier nicht völlig überrascht. Na gut. Ich werde das Buch sofort holen. Gut. Wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Deine Verbindung zur alten Magie hat Talente plus 1 freigeschaltet. Du erhältst jedes Mal einen Talentpunkt, wenn du deinen Zaubergrad erhöhst. Du hast neue Talentpunkte, die du... Ah, okay. Ab Stufe 5 hast du ein Talentpunkt verdient. Du kannst diese Talentpunkte nach Belieben ausgeben, um deine Zaubersprüche zu verbessern, deine Kampfkraft zu steigern, deine Tarnung zu erinnern und... Ja, ah, okay. Das ist cool. Allgemeine Effektivität schleichen. Die Talente verbessern deine Nutzung von Tränken und Kampffflanzen. Okay, das ist gar nicht schlecht. Ah, dunkle Künste wäre natürlich auch cool. Der alte Magiewurf fängt und wirft die Waffe von entwaffneten Gegnern. Hört sich gut an. Halte R gedrückt, um in eine Richtung zu dem und einem freigeschalteten Zauber zu wechseln. Hä? Halte RT gedrückt halten und Steuerkreuzen in eine Richtung tippen. Mega Power Trank hat eine bessere Heilwirkung. Das nehme ich mal. Das macht Sinn in meinen Augen. Neues Zauberset wird hinzugefügt. Halte R gedrückt, um in meinen Rindern und den freigeschalteten Zauber zu wechseln. Neues Zauberset wird hinzugefügt. Neues Zauberset wird hinzugefügt. Ah, verstehe. Halte Ausweichen gedrückt. Boah, das könnte cool werden. Erfolgreiche Protego-Zauber erhöhen die alte Magieanzeige. Ich probiere es. Basis-Zaubertreffer reduzieren die Abklingzeit von Zaubersprüchen. Gut, jetzt will ich aber noch meine Zaubersprüche ein bisschen verbessern. Wenn einem verfluchten Ziel Schaden zugefügt wird, erhalten alle verfluchten Ziele Schaden. Das klingt nett. So, Raum der Wünsche. Ja. Äh, Zina Glau-Kohl. Nein. Ich würde gerne... Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee war. Gut. Schön. Finde ich gut. Oh, ist doch scheiße. Naja, bis zur nächsten Aufnahme.